Die nächste Gruppe, die uns ebenfalls Samba präsentieren, aber auch Funk- und Reggae-Elemente mit eingebaut haben in ihre Performance. Das ist die brasilianische Trommelgruppe Kulido. In diesem Jahr sind es mit dem Thema Natur dabei und sie sagen, alles ist Natur und bezieht man das Universum mit ein, so ist sie endlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich stehe hier mit Dora Braviz von der Samba-Schule Anaconda. Euer Motto ist Mutter Erde. Was kann der Mensch denn von Mutter Erde lernen, außer tanzen? Die Mutter Erde, man lernt die Kraft, Energie und weiter kämpfen. Egal in welcher Situation, man muss auch kämpfen. Mit der Kraft und der Mutter Erde. Auch meine Freunde haben das Schauspiel. Wir haben auch die Mutter Erde dabei, weil wir auch die Kraft bekommen. Die Bits. Super, vielen Dank. Wir haben alle Kraft gelernt von Mutter Erde. Damit zurück an die Kommentatoren. Vielen Dank, Ricarda. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank.